genau meinst du jetzt anders was genau ist hier anders in Prime 1 gibt's diese Laser nicht doch die kommen auch so wie echt nein die kommen hallo natürlich kommen die die Korte gut hier werden sie so runtergeklappt und dann machen sie so aber was du mal gemeint hast ist es stört dich ein bisschen dass du nicht von hinten in ihre Sicht reinkommst das stimmt das stört mich allgemein so dass das kommt in der Kost nicht vor und das ist schon ich weiß ich nicht wieso sie eben auf die Welt kommen dass es sie nun cool ist weil das war die Haltes du siehst halt ihr fehlst und ja 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 die Gründchen und das ist auch schade für mich finde ich auch aber sonst ich stehe vorlaufen er hat sie sie wie sie dort steht ja also so übel so und ich bin so genau und genau und dann klappen sich diese Gärna nachher und da und dann doch das ist ein solches nicht allgemein fühle ich mich um bis jetzt kurz schütteln ne ich bleibe stehen und warte was denkst so so lange sind hier keine Piraten weil jedes mal das haben wir so dasteht so fühle ich mich auf mhm jetzt weil ich in der dunklen Welt bin beim ersten mal Prime 2 spielen habe ich mich genauso gefühlt quasi uff speichern ne da hier muss ich jetzt aufpassen weil hier ist ja ein na gut aufpassen da muss ich schon wirklich nichts reinrollen ne ne da passiert nichts der ist hier hinten der ist auch gestorben mal gucken wie die Luft ist seit 3,3 Deckerzyklen tot der ist schon der ist fast doppelt so lange lange tot tot wie ich schon welche Wunden auf kleine Exposionszüge mit ihm durch ein mobiles Raketen oder genauten das macht man hierbei irgendein Typ auch einigen ihn hat in nur noch mit dem Ganatwerfer gefällt durchsucht okay so was ist hier auch schüttelt mit Meter bleib einfach da hinten wo du bist bleib einfach da das ist die meisten weg du wirst eh nur mit Spawn ja ich weiß das kotzt dich an so ein scheiß Forced Instant Transition ja mann das ist scheiße da jetzt genau jetzt jetzt werde ich so richtig verarscht viel Spaß mehr das meine du hast die bestmöglichste Alternative genommen und zwar halt dass beide auf einer Seite sind anstatt dass du von zwei Seiten bombardiert wirst Ah Gott! Gestorben? Ja natürlich Das ist heftig, ne? Ja das ist voll schlimm Das ist richtig guter Ja gut, du hast den Fehler gemacht du bist zwischen beide reingesprungen Ja, ja weil äh ich habe gesehen, ich komme so nicht weiter vor allem, ich habe den hinteren ich habe den ersten angegriffen mit allen fünf Missiles und bin dann auf den los und dann hat sich der andere dazwischen gestellt und ich habe auch gedacht, ich versuche den Hintern zu ficken weil das Ding ist halt normalerweise hier hast du vielleicht ich weiß nicht, 20 Missiles maybe, maybe more sogar und sogar 2 times Was ich dem fehlen würde, feuer die Missiles erst dann ab wenn er dir ein bisschen zu nahe kommt dass du dann kannst und ein bisschen Zeit hast Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass er 5 Missiles und 5 Chargings überlebt hat Das ist heftig, ne? Ja, ja vor allem, es ist halt dann mehr als du Ja Ne, klar Weil es ist ein Hyper-Mode So gesehen, das Beste ist hier, wenn man sich zurückkriegt, wo man hergekommen ist Ne Wenn man es schafft soweit Ne, ich glaube da kommst du ohne Space Jump gar nicht hoch Weil danach gehst du in die Dark World holst du den Space Jump und kommst erst dann hier weiter Genau Das könnte nämlich ein Problem sein Ja gut, das war klar Deswegen habe ich gemeint, speichern Ja, ja, ich hab's ja nicht anders erwartet Ich werde hier deutlich öfter sterben als in Prime, weil Echoes ist auch schwerer Ja, der Kuss ist schwerer Aber das ist für mich überhaupt nicht irgendwie jetzt deprimierend Ja, der Weg zu launchen ist halt ein bisschen bleh Ja, der Weg, aber gut, das ist nicht weit Hätte ich jetzt nicht gespeichert nochmal den Bomb werden Ja, und wie gesagt, das ist mir zweimal passiert Ja, eben Boah shit Deswegen sollte man hier echt immer, immer speichern, wenn man kann Ja, ich kann seine Fresse irgendwann noch nicht mehr sehen Ja, glaube ich nicht Tja, das ist halt, wenn du keine Checkpoints hast Ja, gut Ne, sowas Ich hatte vor dem Buch, äh, checkpoints sind auch so, Ugo, das ist easy Ja, Ugo Am besten Am besten, warum überhaupt sowas wie Am besten verzichte auf den Darksuit Ja, Mann, voll, ich mach'n Sinn Ne, das geht nicht mehr bei Ah, scheiße Gut, ich, ich wüsste eh nicht, wie, wie der, wie der geht Nimm den klassischen Darksuit Alter, wirst du, dass sie mich von überall hören? Das sind gegen die Höhe, oder? Good luck I need help, bro Vorkana ist tot Ja, er ist schon tot Und ich auch Ah, ok Na, das ist total Ja, das ist voll heftig Ja, das ist voll heftig Weil, ja Ja, ich hab' jetzt erst den Tod gesehen Schon einen krassen Delay, glaube ich Ich weiß nicht, wie's aussieht Ja, ja Du kennst ja Die Agony Agon Weißt du, ich, ich hab's gelesen als Ödland von Agon Äh, äh, Agon Ja? Mhm Und du kommst da plötzlich mit Agon Ja, keine Ahnung Ich hab' den Turschlag bekommen Ja, keine Ahnung, Kindheit Ich hab' das so Ja, ok Da, da, damals mit zwölf Wow Ich, ich, ich hab' sie Ödland von Agon genannt, ich weiß nicht wieso Weil Agon Das, das klang für mich blöd Aber hey Ich war zwölf Jahre alt Wie ist das bei den Serben? Betont ihr die erste oder zweite Silber? Immer die erste, immer Immer die erste? Ja, eben, da müssen sie eigentlich Agon sein Ja, aber Nicht Agon Ja, aber Es ist ja nicht so, dass ich der Serbischen Sprache vollkommen bemächtigt bin Oh, warte, doch Language memory Muscle memory Muscle memory Muscle Dieses Wort Hat auch schon Kultstatus Nur welchen Rese ist echt Nur wie fucking Chris Mein Muscle memory, hat mich wieder Ich hab' mich nie vergessen Ich hab' mich nie vergessen Jesus, ich glaub' ich Ich glaub' wir könnten immer noch die, die kompletten Dialoge auswendig Natürlich, man Also von 6 nicht unbedingt, aber von 5 Von 5 bestimmt Mit ein bisschen Übung Von 500 pro Alter, wir haben so oft gespielt, natürlich Und von 4 auch Von 4 auch, ja 1998 I never forget it No, I never forget it 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 Stop, stop, stop Dude, wie du schießt ab In 2 Stunden Ah, sind wir Sind wir bei WONDERFUL Sehst du hier? Why don't I So do it So do it It should keep you busy I can't remember your name, huh? I see in the moment I see in the moment I see in the moment I wish you luck Yeah, genau, Angel Oh, ne, ne I wish you luck I'll take the girl Oh, he's take the girl For you If you must know My name is Osman Sadler The master of this fight Religious community Oh, what the fuck? Ha! I have no damage Okay, Dino The trick is A short charge beam Oh, fuck Come near I piss you Oh, fuck Dude, du hast den Lightbeam Wir nutzen den Lightbeam Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Nein Das klingt so von wegen Of course, I didn't make it Ja, ha You need to Es ist lustiger Du bist hier schon öfter gestorben als gegen Ridley Echt? Ja, stimmt, stimmt, stimmt Zwei dunkle Piraten machen Ridley, bitte Ja, gut, das nicht Nee, aber sie machen mich platz Ja, weißt du, es Hätte ich ein bisschen mehr Abstand von denen oder den Beckum Und du würdest nicht komplett in deren Fresse spawnen? Ja Das ist, das ist der Schlimmste eigentlich Das ist voll fies Ja Aber gut, ich denke, Retter hat nicht daran gedacht, dass jemand so was tut Vor allem Hypermode kam jetzt hier viel später Ja, stimmt, auch wieder Ja, ja Ich hoffe, wir lagern nicht brutal Also was heißt, wir lagern? Ich hoffe, wir haben nicht übelst die Unterschiede Weil die Verbindung sagt übelst Ja, 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 gut, das fixiert uns schon Gut, jetzt geht's eigentlich wieder Oh, gerade eben war es ein bisschen So, we can do that Wer ist der Timelord in diesem Universum? Wow Wow, Timelord bei Im Metroid-Universum Ja gut, ich muss da ein bisschen erklären, was ich meine Ja, ich weiß schon, was du weißt Ah, okay Das Blizzle ist das Grimm Ja, bei Huckmann war es Selebi Genau Die Alga, je nachdem Also die Alga, je nachdem Ja, Grimm ist halt der Timelord Neustart Neustart Neustart, Zeit zurück Genau Sims träumt So, wir können auch kommen, sie ist noch hier mal in der Speicherstation Genau Und wegen der Fähigkeit der Chaucersee, die Zukunft zu sehen, sieht sie das jetzt auch Eigentlich komme ich hier hoch Siehst du die Software verschiedener Weisen krepiert Genau Echt? Ich glaube schon, warte, ich mach es noch einmal, ich komme hier hoch So wie ich das sehe Den Space Jump brauchst du hier bei der dunklen Version Ah, okay Weil du ja sonst sofort zum Ding, also zum Space Jump kommen könntest Jaja I try Warte, ich schieße jetzt schon mal los Und wenn du da hochkommst, das hört zu mich aus Duh 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 D Duh Ja, die, die steh' ich vor Du hast 69 ich habe fangen wir zu ob man ein bisschen glitscht voll weil der der glitscht also also er hat er hatte wie heißt es die klippin fehler dass ich will trotzdem sterben weil wir so lange brauchen okay er ist wirst du auch fuck ich muss runterkommen weil der andere zügig sein musste nicht die präsentiert die präsentiert um eine supermissile und so was auch vor allem ich kann nicht mehr Rapid Technik verwenden ja stimmt weil wir das in Metro-Prime 2 gekockbrockt haben genau das macht total nicht geöffnet ja man so eigentlich könntest du die Anzahl der Tode unter neun halten indem du hier hochgekommen bist plötzlich habe ich immer eine Chance aber ja mein Ziel ist es nicht mehr aus Neumann zu sterben das die Regel zählt bis ich zum Fußballwächter kommt danach ich habe die Richtigkeit und so weiter ich will die Regel bis zum Verbesser so quasi so hundertmal wobei ich dann nur noch haben sterben 990 da das erste Rätsel das erste Kuhlitz mit der Kuhl und Rätselmusik oh ja die Räsenmusik so geil die Tüntel die und dann doch vor allem noch mit dem Kuhl mit dem was ich glaube da müsste so ein Frauenchor sein ja kann gut so ein Frauenchor ja hörst du es? noch nicht ich bin damit beschäftigt Bienen zu töten because I'm Sarah Sarah gut das ist nicht wirklich ein Chor es könnte auch was anderes sein aber es klingt so ja diese hohen Töne meinst du? ja da höre ich sie das ist keine Bienen sind mit Wespen get that right man ich weiß ob es kein Zoologe aber ding wirklich ja das ist so zu sagen zu einem Tiger zu sein komm mal die Löwe ja sie hinterher alles fucking glaubt gott das ist ein Haustier das ist ein Haustier doch ja in ihn ja in ihn weißt du wie wie Retro extra wusste wie ich ticke und hier so ein Mauchen gemacht hat dass ich da nicht reinspringen kann ja ja wohnen klar klar ich hätte eine Millisekunde sparen können fuck ich stürz so und irgendwas im Nichts kommt jetzt Sonnenstrahl ja das ist voll komisch ja Samus needs us genau so die Chorso von Talon 4 von Talon 4 aus Talon 4 ich habe so ein fetter Laserbeam ich werde durch die Galaxis strahlen ja good old choices good old choices lass ihn dich nicht im Stich hast du gewusst dass der Strahl wenn du reinspringst dass er dich übelst blendet ja voll geil ich mache es jedes Mal und hinterher denk ich mir ah my eyes ja voll dann mach ich es nochmal und denke ich bin drauf das erste Mal in Ather zu gehen die Katze ist auch cool wie sie reingehen ja wie sie so ihre Hand rausstreckt und dann merkt damn the air kills me die hat übelst Schiss dass sich das Ding jetzt wieder reaktivieren muss so quasi nur one time Mowgli mhm ja